Ich hab doch ein Sieber vor mir. Ja, bei mir zählt das sogar runter. Ja, ich hab doch ein Sieber vor mir. Ja, ich hab doch ein Sieber vor mir. Ja, bei mir zählt das sogar runter. Ja, ja, eben. Das hatte ich eben. Wer will's wissen? Der Marki. Der geht gleich unter mir durch. Ich kann's aber noch nicht sagen, was das ist. Ich glaub das ist ne Wildcat oder sowas. Der andere sieht nach Marki aus. Ja, ich stell's grad einen an. Das ist ne Marki, ja. Ja, Wildcat ist das hier. Ja, Viktor seh ich grad. Ich kurve rum. Wieder hoch. Ja. Blackouts, wo der war? Ja, ich seh ihn. Alter, Schwede. Wildcat geht wieder hoch gerade. Hä? Leute grad irgendwie weg. Boah, ich bin hier ständig im Blackout. Ja. Ich seh dich hinter der Wildcat. Boah, wie zieht der mich hier weg? Doch nur eine Wildcat. Okay, er ist toll. Ich muss kill. Ich bin hinter ihm. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Widersteh dich. Diva, schieß ihn ab. Alles Guckereier nicht. Ey, mach auf. Ich kann dich doch schießen. Hör! Okay. Sorry. Ich hab nur mit den MGs geschossen. Ich wollte nur einen Kill Assist. Aber... Ich geh kaputt, ey. Ich hab jetzt wirklich nur einen... den nur gestriffen mit den MGs und ich krieg den ganzen Kill. WTF? Keine Kanonen verwendet. Was? Schön, freut mich. Was? Oh! Oh, hey. Was ist denn heute los, hey? Der hat dich voll weggerammt. Ich geh wohl abschießen. Soll ich den Ramm? Nein, mach ich natürlich nicht. Ja. Oh, ich hab hier zwei P40er. Warum geht mich denn jetzt hier der 110er? Wo? Ich bin jetzt bei dem anderen. Er fehlt vorne. Ich hab hier am Deck zwei P40er. Okay. Wo fliegst du ab? Die eine schon weggewichst, die andere... Da seh ich nur grad den Schatten. Oh, nicht rammen. Da ist sie. Okay. Lustigerweise, die eine P40 hat versucht, die andere wegzuknallen. Okay. Noch nicht? Wer fällt? Weg. Sehr schön. Weil ich bin auf die vordere gegangen und hab erst, wie ich an der anderen vorbei bin, gesehen, dass da eine zweite dahinter hängt und die hat auf lange Distanz mit den 50s drauf geschossen. Sehr intelligent. Ich bin jetzt überessen, hier ist nichts. Oh, ja. Pilot-Kill. Oh, ja. Pilot-Kill. So, normal weg von hier. Ja, ich hab eben in der Killcam gesehen, dass die andere, äh, dass unser komischer Typ, der uns abgeschossen hat, auch wieder unterwegs ist in der Catalina. Gut, ne P40 sein, die überhaupt keinen Plan hat, was sie tut. Ja, die P40 hat doch so gegen ne 109 F1 keinem nichts zu sagen. Ja. Ist ein gratis Abschuss. Ja, außer eben gerade Ausflug leider, was er eben gerade macht. Es dauert ein bisschen, bis ich da rankomme. Aber ich komme auch ran. So, reingespawnt und starte gleich mal. Ah, ich glaube, ich sehe euch. Ah, ich glaube, ich sehe euch. dass sie mit so ner, äh, F doch noch mithalten kann. Relativ gesehen. Ja. Ja. Ja, eigentlich schon. Aber ich denke mal, also sie klettert ja auch gar nicht so schlecht, ja. Oder alle Hundertzuhörer. Das heißt, wenn man klettert, glaube ich, schenken sie sich nicht viel. Nur halt wirklich im, im Schreckenflug. Wo, äh, da gehen sich mehrere an. Ich glaube, das ist Karaya. Ja. Ja. Karaya hat gerade noch die 40 weggeknallt. Und da drüber sind noch zwei andere Kontakte. Ja, ich sehe ihn gerade den nächsten angehen. Was? Über mir? Ne, ich. Ja, auf der neun Uhr. Auf der neun Uhr. Auf der neun Uhr. Neun Uhr. Ja, Quatsch neun Uhr. Der Wolke. Das dürfte aber um was sein. Genau, und dahinter ist noch ein Jäger, der jetzt einkommt. Ja, ich glaube das. Ja. Da ist ja gerade volle Kanne durchgestürzt. Was? Was? Nicht. Keine Kanonen mehr. Keine Kanonen mehr. Keine Kanonen mehr. Na, ich lasse auf von dem, der fliegt wieder Richtung Flugplatz. Und fast im Red Out, Black Out. Ich hab nicht gewusst, dass du auch schon im Sturz warst. Oh, shit. Äh, Seaburg, gehst du gerade auf den? Ne, ich hab gerade irgendwas gesehen, ne Kollision. Ja, ja, ich hab ihn weggerannt, ich hatte keine Musik mehr. Okay. Du brauchst für Windows 8 und 10, du brauchst auf jeden Fall die Team Fusion Patches, damit es startet. Das heißt, auch wenn es Vanilla nicht startet, einfach den ersten Patch drüber bügeln und dann soll's passen. und dann halt die anderen Reihenfolge, so wie es beschrieben ist. Oh, was hab ich denn da? Ich glaub ne Hurricane. Jawohl. Hurricane Mark 2. Und da sind nicht auch noch so Hurricane Dune's gerade? Pff, mir ist gerade ein... What? Mir sind da zwei P400 äh, hinterher gestürzt und die sind glaub ich kollidiert. What? Ja. Geil. Das muss ich hochladen. Sehr geil. Und clashen gleich auf, aber das sind glaub ich... keine Kill-Message. Okay, diese Brasilianer schon. Ja, wir haben auch einen Brasilianer dort in der Nähe, aber da... waren wir schon längere Zeit nicht mehr. Einmal waren wir dort, da muss man echt ein paar Tage vorher, glaub ich, Hunger... leiden, um das auszuheizen. Ja. Ach, das mach ich noch. Brasilianer, ich mach so gerne in UFO. Ich hab grad Anflug auf die Catalina gemacht und natürlich Sparkle Sparkle. Sparkle Sparkle. Am steigen. Ah, er hat sich aber irgendwas abgerissen. Und weg bist du, Butzjunge. 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 Ah, ich seh ne... Ich seh zwei Feindjäger, also ich glaub du bist dahinter, oder? Ja. Jaja, ich komm gerade drauf rein. Bei sind das sogar. Oh, ich komm hinter der Buffalo Guard rein. Hä? Ach so. Hast du noch ein Franzosenjäger? Ach so. Ich hab ihn dir weggeschossen. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Der versucht... Naja, ist ne P40, oder? Kein Franzosenjäger. Also der, der brennt, ist ne P40. Echt? Und gilt jetzt als abgestürzt, oh tefuck. Hast nicht mal den Kiel bekommen. Was sah denn da bei mir so komisch aus? Blackout kann man gar nicht mehr schießen. Ne. Kannst auch nichts mehr machen. Aber ich hab ne P39 hier. Ich hab jetzt hier, ich hab nur zwei Gegner hier dran leider. Oh, ich hab zwei Gegner hier dran. Die auf einmal alle hier? Ich drück mich doch mal an und zieh mich hier raus. Ich hab auch keine Kanonen mehr. Du setzt mich so ein bisschen auf die, äh... Ja, ich halt mich links. Rechte Seite, genau. Ganz lustig, es gibt auf Reddit... Ich weiß nicht, ob ihr Reddit benutzt, aber es gibt einen Thread, das... Da hast du nur so, äh... Also es gibt so einen Thread, da gibt es einen Bomb, die sind... Also so amerikanische Bomber, die sich beim Bomben abpuffen. Gegenhaltlich treffen. Gerade auf dem Boden meines Flugzeugs. Komplett. So, ich starte grad... ...nördlichstes Flugfeld. Ich geh jetzt in der Mitte. Hochum oder so. Dortmund, ja. Das Problem ist nur, dass die B nicht so toll kurft mehr. Vor allem bin ich im Blackout gerade. Ja. Die Speed ist hinter dir, ich setze mich hinter die Speed. Ja. Äh? Bei mir ist das... What? Achso. Da sieht ein bisschen komisch aus. Ja, mir gehst du raus. Oh, huido. Ja, und das Foto ist die Maki. Irgendwas gejagt. Ja. Maki, ich kenne jetzt gerade Flak. Das Sitter dürfte vielleicht in 130 sein. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Maki mach grads. 360, let's go. Warte mal, Snapbrow. Du. Ich hab Energie. Ja. Ah ja. Ah ja. Ah, okay. Komm. Wie viel muss das weg? Okay, du bist auch gerade da. Ich versuche gerade das Geschwindigkeit abzubauen. Ja. Youtube vom V Foot desiren. Komm. Ja. Komm. derze. Köh. Komm. Villas. Jun Ich habe keine Spitze, 40 oder sowas. Doch, Alter, wie? Wie lange brauchen die jetzt zum Reinrennen, ne? Doch. So, und das bin ich auch da an. Ich sehe nicht, dass einen Flugfails, den braunen Flugfails, sehe ich einen Kontakt. Ah, ich glaube, ich bin direkt da rüber, oder? Äh, nein. Ah ja, Viktoria, ja, ja, jetzt sehe ich es, ja. Oh, der Achtung. Genau, und beim braunen ist gerade einer. Oh, der Container. Vor uns kommt gerade einer. Das ist auch ein Heinkel, oder? Ja. Nee, 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 nee. Guck mal her, guck mal her. Oh, na. Hier war es ein Flügelbohr zu bekommen, aber nix. Boah, das ist ja echt krassig, wie die Reinrenner. Ja, gut. Weg ist er. Da war noch einer. Da ist noch ein Flugzeug vor, das fliegt. Beistück. Jäger, das ist dieser Kei. Das macht den ja noch bis zu rein. Warte. Vorsicht, Flak vom Flugfeld. Ihr seid gleich über dem Flugfeld. Pass auf. Ah, wieder was in die Flügelbohr zu sehen, aber... Boah, Alter, die Tiefelbohr. Ja, klar. Ah, ich hab einen Motortreffer. Flak wechselt gerade auf mich über. Hast du die Speed noch bekommen eigentlich? Äh, ich glaub nicht, nee. Oder? Nee. Ich hab auch nur mit MG drauf gehalten. Oh, ich hab sie hinter mir. Hast du mir helfen? Ich bin direkt hinter dir auf der Nahe. Äh, 5 Uhr. Ah, ich seh's. Boah, ein Flügel macht aber ein bisschen schlapp. Ja, sieht beim Häufen ein bisschen wie geht. Ist ab. Ich mach mal Hilfe. Aber ich penne mir einen ab, bin ich. Für Treffern. Ah, selber Flügeltreffer kassiert, Typ. Ich seh das Loch bis hier. Bäm, Headshot. Frontal. Das war nicht dasselbe wie vorhin. Ich hab in der Spitfire die Head-on kommt. Ah, ich seh dich. Ja, 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 ja. Dann bin ich bei dir. Schön. Kass. Ja. Das ist ein T-4-1-A, oder? Ja. Drauf auf die Vorzeln. Der rollt mit mir, ist ganz lustig. Oh, zweite. Da ist eine Speed jetzt. Ja, ja, ich muss jetzt. Rent. Ah, gut. Speedy. Speedy kommt rein. Aufpassen. Ja. Geht auf... Äh, dich. Shit. Äh. Mach was. Ich versuche anzukommen. Und du hast auch noch unseren MVP an dir hinter dir dran. Halt aus. Äh, drück an, wenn du kannst. Das war erst mal. Raucht. Und spinnt. Fängst du halt? Ne, fängt sich, fängt sich. Ja, fängt sich. Oder? Oh, E-O-Troko kommt rein. Hat verfehlt. Oh, guter Treffer. Beide Flügelseite ab. Äh, geht das Fahrwerk raus? Ich glaube, der geht rein. Ich kann es nicht rein. Ja. Oh, E-O-Troko kommt. Oh, E-O-Troko kommt. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Da hat gerade einer passiert. Äh, geht nur, oder was? Ja, ja, ja. P-400, oder, nee, P-150 sogar. Ja, ja. Was sehe ich? Nee, P-400. P-400. Ah, was nicht? Ich habe keine Kanonen mehr, fuck. Ja, hier ist noch einer. Fuck, hier wird es noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe einen Motortreffer. Mein Motor überhitzt. Ja, kommen wir doch ran. Mal versuchen, um die Kurve zu schneiden. Ich habe ihm schon ein Crit gesetzt. Tail. Crit of Tail. Ja, E-O-Troko geht. E-O-Troko geht. Ich habe noch einen anderen Feind. Ich bin doch durch die Bäume gerade, aber ich muss mich verarschen. Ja, mein Motor hat 155 Grad jetzt. Ja, E-O-Troko hat ihn. Da gibt es nämlich gerade qualvoll dahinten. Fuck it. Los geht's. Steine Höhe. Ich kriege eine 109F. Oh, das ist ein komisches Auma-Dingens-Tarpedo-Bomber-Devastator oder so ein Scheiß. Oh, ja. Hallo. Ja. Ja, damit. Ja, Team D1. Wir haben jetzt ein kleines... Oh. 9 Uhr. 3 Kontakte. Überm Fluss direkt. Unterhalb. Oh, ja. Da liegt er. Das war ein ordentlicher Gangway. Das sieht nach Formation aus, oder? Das ist die beiden übrigens. Die anderen, der sich abspeilt. Da vorne ist das eine Speed... Das... Oh, es sind 3 Speedys, what the fuck. Das ist Jäger? Ja. Da hinten oder nicht wahrscheinlich. Die anderen? Das sind 3 Speedys, ja. Ich hab grad versucht, den obersten anzugehen. Versuch, du kriegst einen ran. Du kriegst einen hinten ran. Äh... Ja, ja. Die andere hab ich zuschossen. Sehr schön. Ich werd mal schauen, dass ich dir den einen vom Arsch schieß. Ja. Oh, Vorsicht aufpassen. Ja, ich könnte machen gerade. Oh fuck. Ja, klar. Die Klassiker. Ich komm irgendwie grad nicht dran zum Schuss. Hängt noch. Noch was rein, aber verbündet. Ich hab leider nichts getroffen. Ja, naja. Dein Manöver. Ähm... Du bist... Hast du grad einen Speedangang? Dann hast du wieder einer hinter dir. Oder herankommend. Ne, ich bin grad vor einer. Also... Dogfight, sozusagen. Hab einer gecritet. Ja, rightflap, genau. 3! Und rum. Warte mal. Du wart vertikal, wenn du weniger? Okay. Bei uns ist 109 jetzt eine Speedermarsch hat. Ja. Geh ich gerade an. Ja, dann geh ich die andere an. Hä? Drei Kontakte. Eine, zwei Spitz, eine 109. Ja. Ah nein, das andere ist eine P40. Ich geh die P40 an. Alright. P40 weg. Okay. Ich glaub da ist eine 112 dabei. Okay. Okay. Du hast grad geschossen, oder? Ja, auf die Speed. Okay, ich geh auf die Speed nochmal rein. Warte, 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 warte. Ja, rein. Ich hab grad geschossen, aber, glaub ich, nichts Kritisches. Sehr schön. Ah, hinter dir stürzt das rein. Ah, ja. Ah, ja. Fuck. Wer mich tot, so. Überschossen. Ja. Ah, geht vertikal, ich komm hinter ihm rein. Ja, kurz, mir irgendwie. Ich freu ihn mal. Ah, komm. Ecke prübeln, dass die geatmen von dem Treffer. Sehr schön. Er hat schon Schwierigkeiten. Ja. Stalled weg. Zieh hinter ihm her. Ein, oder? Nee. Okay, ich check mal die Karte, ob dann noch einer ist. Right wing. Ja, der geht rein. Sehr schön. Schön aufgeräumt. Ja, will ich auch sagen. Ah, flieg mal weiter. Ich hab einen Kontakt hinter uns. Der uns folgt. Ist... Ach, das? Hm. Gibt noch, ich glaub ich. Ja. P40. Ja. Zieh hinter ihm her. Folgt dir. Na ja, P51 sogar. Ja, ja. Man, das ist allerdings wert. Was? Das droht wie ein verrückter. Ja, los. Und brennt. Geh rein. Beim. Unglaublich, ey. wenn man sie entfernt hat, Und dann kann man sie nicht mehr. Und dann kann man sie nicht mehr.